Hallo zurück und Willkommen zu Republike. Das Spiel macht mich ein bisschen nervös, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es anstrengend, aber ich finde es irgendwie toll. Wir schauen mal, was sind das da? Hope ist schon... Kann ich diese Kiste öffnen? Nein, natürlich nicht. Okay... Unser Ziel ist da hinten. Ah ja, die Lüftungsschächte, ja genau. Lass uns mal... Wir müssen mal da durchschauen. Mal gucken, was hinter der Tür ist. Da sind wir drin, glaube ich. Da steht Wesley. Wesley ist ein Einbrecher, Betrüger, hat eine Krankengeschichte. Er ist manisch-depressiv, das nützt uns aber nichts. Können wir damit was anfangen? Ne, wir können es auch nicht durchlesen. Ne, wir können eigentlich damit nichts machen, außer das Schließen. Okay, wir sind ja da hinten drin. Genau, wir sind da hinten drin und wir müssten... Da befinden wir uns in dem Raum, das ist alles nicht so dramatisch. Wir können aber da rauskommen. Ich glaube, Wesley trifft uns da nicht. Kannst du in die Kiste gucken? Ne, da ist nichts drin. Wir schauen uns mal an. Ja, da unten stehen wir. Wo ist denn Wesley jetzt hin? Wo läuft er denn lang? Wo ist denn Wesley hin? Gucken wir mal von da oben. Da kommt der raus. Ah, können wir den da einsperren in dem Raum? Was ist denn da drin? Nein, halt! Stopp! Auf gar keinen Fall! Nochmal. Wir schauen jetzt nochmal. So, Wesley geht da rein. Die Tür ist jetzt gesperrt. Halt! So, stelle ich es mal hier hin. Komm mal hier hinter. Ähm. Ist es jetzt besser? Wir gucken, wir beobachten das mal. Ob es jetzt besser ist, die Türe zu öffnen oder ob der da einen Alarm schlägt. Wenn der nicht rauskommt. Ich muss mal sehen, ob wir von drinnen schauen können. Was ist denn jetzt? Halt! Stopp! 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 Nochmal zurück. Ähm. Du bleibst mal hoch. Du bleibst mal da sitzen. Der wird jetzt die Türe aufmachen. Dahin haben wir noch einen. Okay. Alles ruhig. Okay. Die Tür ist einfach nur so zugefallen. Da können wir nichts dafür. Was ist denn das da? Omniversion 1. Wir brauchen das Update auf jeden Fall. Dazu müssen wir dahinter kommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo sind... Sieht hier jemand einen Lüftungsschacht? Das ist schon mal nicht das Richtige. Das hilft uns nicht. Nein. Er startet Bericht. Wo müssen wir denn hin eigentlich? Also bleib doch hier. Bleib hier. Bleib hier. Bleib hier. Bleib hier. Bleib hier. Bleib hier. Ich will das mal nicht durch. Ähm. Grooves. Ist das da? Der hat Borderline. Identitätsstörung. Und der ist ein Datendieb. Da ist das Ziel. Noch 15 Meter weit weg. So. Wir befinden uns da. Da. Da ist ein Lüftungsschacht. Da unten. What have you got? Okay. Er steht lange genug da rum. Um uns nicht mit zu bekommen. So. Pass mal auf. Jetzt machen wir nochmal Folgendes. Wir sperren ja nochmal einen da. So. Dann verstecken wir uns hier. Was denn? Jetzt ist da ein Lüftungsschacht. Der Tür geht nicht auf. Hilft er dem? Pass auf los. Okay. So. Er kämpft dahin mit der Tür. Hier drin ist erstmal sonst nichts. Okay. Damit können wir nichts anfangen. Nein. Das darf doch nicht wahr sein. Shit. Wir haben nichts. Mist. Wir können nichts machen. Da wäre das Ziel gewesen. Der kann doch nicht weglaufen. Nein. Fuck. Was schafft er uns zurück? Was macht er jetzt? Was ist das? Was ist das? Gespeichert. Nein. Nein. Mist. Und natürlich hat es gespeichert. Ah. Verdammt. 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 Okay. Und jetzt ist natürlich die Frage. Was passiert jetzt? Die Tür ist schon mal zu. Kriegen wir die? Und wir kriegen die nicht auf. Verdammt. Das darf doch nicht wahr sein. Aber wir müssen nicht irgendwie rauskommen. Wir müssen nicht hier irgendwie rauskommen. So eine ärgerliche Kacke. Wir haben nichts. Verweilzelle. Wie bekommen wir jetzt diese Tür wieder auf? Vielleicht müssen wir uns da irgendwo reinhacken. Das ist schon mal nicht richtig. Was ist hier? Ablenken. Können wir nicht machen. Das sind die Sachen die wir lernen könnt. Speicherts. Wie kriegen wir diese Tür jetzt auf? So ein Mist. Verdammt. Haben wir das Spiel jetzt schon verloren? Hängen wir jetzt hier fest? Das ist ein Batterie-Charger. Akkulade-Station ist klar. Wie bekommen wir die Tür nicht auf? Ach Mann. Ach, das gibt's doch gar nicht. Jetzt können wir nur gucken. Spielstandlagen. Vielleicht. Mist. Das hat natürlich gespeichert. Wir müssen da irgendwie wieder rauskommen. Jetzt aus dem Knaster. Jetzt müsste man... Da bräuchte ich jetzt natürlich mal einen Tipp. Das wäre jetzt nicht verkehrt, einen Tipp zu haben. So. Wir gehen nochmal da zurück. Lädt. Heute vor 50 Minuten. Ne, löschen würde ich's nicht. Gibt nur diesen ein. Gut. Nochmal von vorne will ich auch nicht anfangen. Ich denke, wir sind jetzt da eingesperrt und müssen da wieder rauskommen. Und das wird uns vielleicht noch öfter passieren. Vielleicht sollten wir uns einfach nur schlafen legen und hoffen, dass wir am nächsten Tag zumindest wieder in die Zelle an den Anfang kommen. Wenn die Tür rot zugesperrt ist. Was passiert hier, wenn man einmal eingesperrt wurde? Ist das jetzt so ein Spiel... wo man verlieren kann? Ich weiß nicht. Hopp. Können wir mit Hopp direkt sprechen? Die hat ja sonst... Was hat sie denn eigentlich da? Nichts haben wir. Nichts. Kein Hopp. Das Bett hochklappen kann sie nicht. Durch die Lüftungsschächte kommen wir auch nicht raus. Halt! Stopp! Halt! Was ist jetzt passiert? Wie ist das... Was ist jetzt passiert? Ach so, ich hab das Symbol da gedrückt. Was? Was? Okay, voller du was. Okay. Gut, wir sind jetzt wieder hier im Restaurant. Gut. Wir gehen nochmal da hoch. Und dann sperren wir den wieder ein. Okay, keine große Sache. Da blutet natürlich der Akku ganz schön aus. Was? Der könnte dem eigentlich helfen gehen, da? Gut. Das wäre der richtige Zeitpunkt, um zu speichern. So. Und jetzt ist das Problem. Was ist da passiert? Warum wurden wir vorhin entdeckt? Entdeckt. Das schauen wir uns mal von hier aus an. Die Tür ist geöffnet. Eigentlich ist es mir gar nicht klar, was da vorn passt. So. Wir schauen uns mal von der Kamera aus oben an. Das Ziel ist da hinten. Versteck dich mal da irgendwo erstmal. Ähm. Das Ziel ist hier hinten. Wo sind wir denn? Hope ist direkt unter uns. Da ist Hope. In der Ecke. Die Tür. Die ist zu. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Zeit, glaube ich. Was ist das da? Junge, Junge. Hier muss man ganz schön Hacker sein. Die Tür haben wir zugesperrt. Da ist Hope. Okay. Hier ist also scheinbar nichts. Dann kommen wir hier rüber. Lüftungsschach geht klar. Wir brauchen einen Schraubendreher, um das zu öffnen. Dann versteck dich da noch ein bisschen. Wir wollen ja... Ach, pass mal auf. Wir wollen ja eh da rein, glaube ich. Dahinter können wir nicht. Ähm. Tja, was soll das? Wir probieren es einfach. Ich sehe da auch niemanden. Vielleicht folgen wir ihr dann gleich automatisch. Aber vermutlich werden wir gleich von irgendwas erwischt. Wir speichern gerade. Oh, okay. The door. How are you out of your cage? Moray. Missed. I gave you a spare of execution, and this is how you repay me. Moray is coming. Well, those flittering endos of calamity have gone cold. There must be another way out of here. That file is dead, and it's so heavily so on you when I get down there. There must be something you could do. Okay. Hier sind verschiedene... Aha. Wir haben da... Ach. Da ist gerade ein Bild entstanden. Ja, das bin ich in dem Moment jetzt, zu dem du da schauen kannst nur. Aha. Wir können also da irgendwie die Bilder verändern. Ich habe das Gefühl, dass das hier ein Rätsel sein soll. Aha. Den haben wir jetzt umgedreht. Vielleicht müssen wir dafür sorgen, dass die alle da in die Richtung dahinter schauen. Genau, wir drehen die um, dann schauen jetzt alle zum Feuer. Die auch, jetzt drehen wir die auch nochmal zurück. Genau. So, jetzt gehen wir mal da durch und dann... Und den Schraubendreher haben wir nicht aufgesammelt jetzt. So, können wir jetzt diesen Schacht wieder zumachen? Können wir nicht, glaube ich. Pass auf, wir müssten jetzt... Ne, wir kommen ja nicht durch, ne? Geh mal zurück, ich mach mal die Türen nochmal zu. Ich hoffe, das funktioniert. Ne, das geht nicht mehr. Da kommen Leute. Mist. Okay, wir müssen uns was einfallen lassen. Wir haben jetzt eh keine Zeit mehr, großartig. So. Ziel. Was haben wir denn jetzt hier für Möglichkeiten? Upgrade. Okay, ich denke mal, das werden die uns gleich wieder einsperren. Aber wir haben ein Update. Was für ein 1.0 Software Upgrade Complete. Ist das anstrengend. Hilfe, 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 Hilfe. So. Wir können jetzt nicht mehr dahin zurück, wo die hergekommen sind. Wir können jetzt wissens nur gefangen lassen jetzt. und hoffen, dass wir dann in der neuen Invasion von vorne wieder rauskommen. Wir haben keine Möglichkeiten. Wir müssen... Die Tür ist noch zu. Und wir können hier nur... Wir müssen jetzt einfach mal sehen, was passiert jetzt. Jennifer Hale hat auch eine Identitätsstörung und ist sehr ungehorsam und hat Datendiebstahl untertrieben. Ja, das nützt jetzt nicht. Jetzt müssen wir dann... Müssen wir jetzt da hingehen. Müssen wir die Tür wieder aufmachen. Oh Gott. Oh Gott. Wir müssen einfach mal sehen, was passiert jetzt. Wir speichern. Wir speichern. Sogar das Geräusch... Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ja, dafür haben wir nicht... Dafür haben wir nicht genug Geld. Wir haben ein Gesamt 50. Was haben wir hier? Pingen kostet 600. Geht nicht. Ablenken kostet 800. Wir haben 50. Das kann nicht sein. 200? Vorhersagen 600. Vorhersagen 600. So, Mireille kommt. Die Tür haben wir ja abgeschlossen. Warum kann ich nicht draufdrücken? Was haben wir denn da? Censorship AI to be updated. Expanded. Profanity. An assault on young and older. Zahlungsausgabe 139 gescannt. Ich glaube diese Sachen können wir verkaufen dann. Fake Passports in foreign currency. The Overseer has an escape plan. Even if the rest of us do not. Okay. Auch das gescannt. Jetzt. Halt nicht. Wir pausieren mal weiter. Da ist auch ein Schraubendreher. Ich hoffe wir sammeln den schnell ein und können zurück da hin. Okay wir gehen nochmal schnell da rein. Wir haben ja jetzt ein paar Sachen. Wir schließen nochmal die Tür. Ähm. Wo war der Terminal? Hier. Wo war der jetzt? Der war dahinter ne? Ich glaube da waren wir drin. So. Wo war das jetzt? War es doch hier? Ja, die arme Hope, die ist schon ganz nervös. Aber ich bin es ehrlich gesagt auch. So. Wie ist das jetzt? Pass mal auf. Wir müssen doch jetzt irgendwie diese Zeitung, Ausgabe Gesamt 150 Reicht noch nicht. Die verkauft es auch automatisch. Extrahieren. 400 Ach, was bringt uns das? Ach Mist, ey. So, pass auf. Wir machen folgendes. Wir machen jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Das machen wir so. Wir gehen erstmal raus. Ins Hauptmenü. Ja, wir gehen raus. Gespeichert hat es ja eben gerade. Und damit machen wir jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Und dann sehen wir uns, wenn du möchtest, bei der nächsten Folge wieder. Und schauen dann, wie wir an die nötigen Ressourcen kommen, um da was freizuschalen. Da muss irgendwo noch weitere gelbe Teilungsartikel geben und Informationen. Okay. Also dann, bis dahin. Alles Gute und Tschüss.